Glücksrad auf Sieg Etappe 8 Werner Kaninchen Trittnäher hat du oft Glück bist du ein richtiger Klicksilfe, möchtest du ein riesenglückblitz sein dann bist du gern beim richtigen Hasen gelandet Glücksrad ist die magische Kraft für Menschen die gerne in Risiko eingehen Freikohlpunkte für die dreifachen Zauberhüter und all diese und andere Kräfte können die gehören der Ausdichter Rausdichter 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 Alles ist möglich wenn du am Rücksrad trägst du erhältst Punkte eine Freikugel oder vielleicht sogar den Zauberhut der Zauberhüter Quatsch Null Witzig k Mäheu du Ich interessiert. Genau. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Zaubertipp für immer? Ah, das ist... Okay, das konnte ich. Oder auch nicht. Ist oder. Ist oder. Zaubertarla Skywalker Kadirinbaden получится eine E говорить? Also stell dir Hola az! Na ja, pulp! Oder fühle dich! Das ist aber kein Zauberhoot. Das ist kein Zauberhoot. Okay, jetzt habe ich eine Kugel gespart, so gesehen. Das ist ein Zauberhoot. Okay, komm, 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 komm. Nein. Ja. Nein. Nein. Scheiße. Doch, die richtige Spalte. Oh nein. Punkt. Punktzahl vereinfachen. Drei verdreifachen die Punkte deines Fußes. Naja, ist schon irgendwie klar. Aber wusstest du, dass die Wirkung zwei Runden enthält? Nun, jetzt reißt du's. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020